Ich habe hier so koreanische Hähnchenteile bestellt mit so einem Spicy Chili Soße, keine Ahnung, das kenne ich, schmeckt so geil. 10 von 10. Habe schon mal bestellt. Dann habe ich mir das hier bestellt, das habe ich das erste Mal probiert. Habe ich schon probiert, das schmeckt so geil. Das ist auch Hähnchen mit so Erdnusssoße. Mh, alles mit geiler Erdnusssoße ist 10 von 10. Dann habe ich das hier bestellt, auch mit Hähnchen. Beim Bestellen habe ich gar nicht realisiert, dass ich alles mit Hähnchen bestelle. Auf jeden Fall, ich dachte, das wäre ein bisschen größer. Aber wir machen jetzt einen Taste Test zusammen. Let's go. Wow. Boah, wie geil. Oh mein Gott. Mhm, mhm. Ich habe in den letzten Tagen so oft bestellt, aber jedes Mal war mein Essen einfach nicht lecker. Und ich habe dann so geiles Essen vermisst, weil ich ja auch noch nicht kochen kann, weil ich noch im Hotel wohne. Und ich freue mich einfach so sehr, dass jetzt das Essen wirklich 10 von 10 ist. Mhm.